So, willkommen zurück, weiter geht's, Leertaste, wir stehen auf. Life is Strange und wir machen dies noch etwas, merken wir die Gell. Zum Beispiel mit Märkling-Akzent. Kaufe die Tickets jetzt. Hä, natürlich kein Zurück mehr, gerne doch. Antworte ihm, sofort! Ich meine, ja, ja, das hat Zeit. Sie hat ihm immer noch nicht geantwortet, das gibt's ja wohl nicht. Nicht? Sieht, äh, sieht, äh, bei mir ja auch gerade ziemlich unordentlich aus, aber dagegen ist mein Zimmer sauber. Also ordentlich. Sauber auch. Nein, alles gut, alles gut. Wir hätten ihr nur mehr Ärger bereitet, als sie eh schon hatte. Vermute ich mal. Das ist noch aus Nokia-Zeiten, wa? Das sind unsere Sachen, ja. What the fuck? Du konntest doch nicht einfach die Pistole da liegen lassen. Vorkommst du recht? Okay, okay, okay. Das ist echt... hart. Alter. Nein, das ist alles gut, so wie es ist. Chloe ist so damn cute. Sie ist wirklich trying to suss out, what my vision means. Dr. J. Car... 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 Can I check out the news on this old laptop? Klar! Oh, at least we haven't been identified yet. Vorfall. Die Polizei und Feuerwehr reagierten auf einen Einbruch und einen Fall von Vandalismus auf dem Campus der Blackwell Academy um 1.30 Uhr morgens. Die Polizei hat noch keine Angaben zum möglichen Verdächtigen gemacht. Vandalismus? Haben wir das kaputt gemacht? Nee, ne? Vorfall. Die Polizei verhaftete einen nackten Mann mit Schwert am Up-All-Night-Donuts. An der Nähe der Peckinpah Road um ca. 20.52 Uhr, der noch nicht identifizierte Mann stand unter dem Einfluss von Energydrinks und mit Amphetamin. Er bleibt bis zum Abschluss der Ermittlungen ohne Möglichkeit auf Kaution in Haft. Thank God, she's okay. I wonder when I can visit her. Blackwell-Schülerin befindet sich in stabilem Zustand. Nach einem öffentlichen Selbstmordversuch an der Blackwell Academy befindet sich Kate Marsh in stabilem Zustand und unter Aufsicht des Gesundheitszentrums von Arcadia Bay. Derzeit sind keine weiteren Informationen verfügbar. Oh, das war's. Warum hat sie ein großes Brüster mit Brüsten dort an der Seite? Guck mal hier, das Loch in ein anderes Universum scheint von ihr zu stammen, wenn es in ihrem Zimmer auch ist. Kiste. Mit alten Bildern, oh Gott. I didn't know, Chloe kept this stuff. Ah. Lange, lange ist her. Everybody lies, no exceptions. Jeder lügt, keine Ausnahmen. Hat das nicht auch Dr. House gesagt oder so? The fact that she put the photo next to Rachel is so touching. Man sieht uns sogar als Reflexion. Vielleicht ist Rachel auch der Charm-Mitterling. Obwohl sie ist irgendwie eher ein Vogel, oder? Mit den Federn im Ohr. Könnte auch sein. Okay. Kondome. Ja, vielleicht ist sie ja Bi oder so. Keine Ahnung. Wer weiß das so genau? Soll's ja Leute geben, hab ich gehört. Oh, okay. Nur nicht die richtigen. Reife-Anlage. Nö. Ich zieh mich erstmal an. Äh, ich hätte doch selber... Okay. Time for some Chloe cosplay. Hey, there you go. Rachel left a bunch of her clothes with me. She's your size. But not quite my style. Max, you don't have a style yet. At least give it a try. You can always rewind back to your Kalorien brand t-shirt and generic jeans. You suck. I like my shirt and jeans. But it would be cool to try on Rachel's clothes. Just to see if they fit. Stop second guessing yourself, Max. Put this on and let your inner punk rock girl come out. You can afford to take chances. Whenever and whatever you want to try. For example, I dare you to kiss me. What? I double dare you. Kiss me now. Uh. Why not? Damn. You're hardcore, Max. Now I can text Warren and tell him he doesn't stand a chance. Unless he's into girl-on-girl action. You're such a dork. Oh man, that was priceless when I kissed Chloe. She didn't think I would. Ja, warum nicht? Das wurde ja nichts, bedeutet ja nichts. I think Rachel's style is a little more subtle. Like me. Aber das ist das Hemd, ne? Das Hemd, jenes welches. Und es ist kaputt an der Schulter. Voll yo. Total Laser. Gesundheit. Oh, muss sie die ganze Zeit immer nur ihre, ihre, ihr Gras konsumieren, ja? Muss das sein? Also an Dauern vor allem, ja? Oh my God. That smells so amazing. Oh, Kate schreibt. It's like when we were kids. Max, ich danke dir aus tiefstem Herzen, dass du mir auf dem Dach eine helfende Hand gereicht hast. Du warst die Einzige, die für mich da war. Ich muss glauben, dass du gesandt wurdest, mir Hoffnung zu geben. Du hast so viel mehr als das getan. Mein Vater ist auch dankbar. Du wirst immer in unseren Gebeten sein. Mit all meiner Liebe. Deine Freundin Kate. Puh, Gänsehaut. Hey Kate, ich bin so froh, dass es dir gut geht. Ich besuche dich so bald wie möglich, versprochen. Müssen wir machen. Müssen wir machen. Wenn ich die Möglichkeit... Der Vogel. Dieses Rumgezitter. Ah, hier kann man ein Foto machen. Das dachte ich mir doch. Okay. Lochblende ist unser Erfolg. Ja, die beiden habe ich verpasst. Ich weiß nicht, wie ich die hätte machen sollen. Oh nein. Nein, nein. Das Handtuch ist ja süß. Chloe hat diese verdammt schuldige Pirate-Towel, seit wir als Kindes waren. Das dachte ich mir. Serious Flashback. Keine Ahnung. Das ist das Blu-Bord, den ich am Montag in Joyce gebraucht habe. Der ist noch hier? Hat sich denn keiner seit Montag gekümmert? Ich fühle mich so gut, dass ich meine Gesichter nach all dieser Chlorine und Husten verpasst. Dann geht auch duschen. Hier, flopp, flopp. Ein bisschen Wasser. Chloe hat niemals gebraucht, wenn ich unsere Zahnbürste habe. Was ist ironisch ist, dass ich es immer liebte, wenn Chloe meine Zahnbürste ausleihen hat. Ich weiß nicht. Also, hm. Würde ich jetzt auch nicht bei jedem machen oder machen wollen? Ist eher, ist eher so ein privates Ding? Wie sieht das schon in der Mitte biegt? Das Regal. Ja, für dich ja so gesehen auch, ne? Geht ihm früh. Geht ihm früh. Das ist gar nicht mein Alter. Ach, Joyce. Die ist wirklich eine gute. Die ist wirklich eine gute. Das Ende ist nah. Ignorieren sie immer noch seine Warnungen. Haben sie den Schnee gefüllt? Waren sie Zeuge der Sonnenfinsternis? Haben sie die sterbenden Tiere? Sterbende Tiere? Zeichen sind überall. Sterbende Tiere? Moment, nicht immer. Akkadia Bay ist das finale Schlachtfeld für Pazuzu. Jesaja 66, 15-16 Denn siehe, der Herr wird kommen mit Feuer und seine Wagen wie ein Wetter, das er vergelte im Grimm seines Zorns und seinen Schelten in Feuerflammen. Denn der Herr wird durchs Feuer richten. Retten sie ihre Seele und tun sie Buße. Trinken sie diesen Monat der Kirche d'Offenbaren bei und retten sie sich gratis vor der Hölle. Gratis. Kostenlos und umsonst. Sehen Sie unsere Sendung auf dem öffentlichen Akkadia Bay Kanal 40. Pastor Cruz. Ach nee, danke gerade nicht. Ah, die kennen wir ja schon, ne? Genau, die kennen wir schon, die kennen wir schon. Wir gehen mal gleich zu Joyce rüber. Guck ein bisschen, die Frühstückssachen. Sie hat nichts geändert. Plötzlicher Schneefall und überraschender Sonnenfinsternis steht uns die Apokalypse bevor. Superhelden bewahrt Blackface-Schülerin vor dem Selbstmord. Superhelden. Also, naja. David. Aber er hat eine schwere Zeit, kann ich mir vorstellen. So, so. Sie haben was schon angesprochen, jetzt... Nee, anderswo angesehen, jetzt sprechen wir sie mal an. Good morning, Joyce. Rachel. Oh, I mean Max. Oh, you startled me. Rachel. You fit those clothes well. Thank God, you're not a hellraiser like her or Chloe. Now tell me exactly what you want to chow on. Eier und bacon. Da sind die Eier. Und ich nehme an, hier ist der Bacon. Da ist er doch. Danke. Was heißt, ihr weiterentwickeln? Danke. Nach all diesen Jahren und alles, was passiert, ist es toll, dass du und Chloe wiedersehen. Sie hat eine gute Freundin seitdem du und Rachel war. Diese clothes remind mich so viel von ihr. Such eine süße Frau. Ich hoffe, dass sie in L.A. Ich würde sagen, das auch, Joyce, aber... Wir sind auf der gleichen Seite, Max. Ich hoffe, dass Rachel wiederherrn wird, oder sogar eine Message zu Chloe von Hollywood. Oder woher sie ist. Be honest, Joyce. Nicht... Eifersüchtig nicht. Oh... 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 Aber es scheint, Chloe und ich waren Piraten 1.000 Jahre vor. Und das macht mich, was, ein Jahr alt? Du warst nur 18, Max. Oh, Junge. Wenn ich nur zurückgekommen könnte. Es ist nicht all das, Joyce. Voila, ein Frühstück für uns Queens und ein König. Geh sitz auf dem Tisch. Irgendwas an dem Gespräch gerade Es ist dieses Ich geh nochmal kurz raus. Was ich schön finde, Chloe scheint der Mutter zu haben, dass wir da waren mit dem Joint und es ist wirklich Tiersterben. Und da ist noch einer. Okay. Das ist jetzt... Also langsam wird es echt gruselig. Noch ein Vogel. Was ist das? Was sind das für Bilder? Orte, die wir besuchen können oder schon besucht haben oder noch besuchen werden? Dann dieses ominöse Gewitter grollen in der Ferne. Und man hört halt genau ein Sturm zieht auf. Noch ein toter Vogel. Haben wir den? Ah, die Überwachungskamera. Naja, vielleicht hat das was mit dem Magnetfeld zu tun und wir stören und wir stören das mit unseren Fähigkeiten und die knallen hier überall in die Fenster. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich kann mir das schlecht vorstellen. Wir haben hier schon fast Überlänge. Leute. Ne, wir haben hier nicht fast Überlänge. Wir haben eine ausgewachsene Überlänge. Es ist keine kleine. Es ist eine große, ausgewachsene Überlänge. Ähm, aber gut. Bis weiter geht es dem nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like, den Kommentar da. Bis dahin. Ciao. Ciao.